Also, du willst auf jeden Fall nicht sechs Stunden in einer Insta-Socken, so wie ich am dritten Tag, wo Kata rausgekommen ist. Eieieieieieiei! Na mal ganz im Ernst, wenn man solche Noob-Spieler wie die vorhin sieht, ey, dann vergeht einem nicht die Lust auf die Heroes. Und deshalb, deshalb, lass ich das ganz in Ruhe ansehen. Ne, verstehe ich nicht, oder? Ja. Was will ich? Hm, hm, hm. Hm. Bei uns war das nur, ähm, also beim Senegile war das nur so cool, weil wir irgendwie zu, äh, wie viele waren wir da? 15 Leute oder so waren im TS und 15 Leute wollten das erste 85 werden. Ah ja. Und du hast gewonnen. Ne, ich bin Zweiter geworden. Immerhin Zweiter. Ja. Ich hatte ja am nächsten Tag frei und konnte dann durchmachen. Da bist du stolz drauf, Pürs? Ja. Glaubst du nicht. Ich sehe schon die Kommentare unter diesem Video vor mir. Boah, lol, oh, lol, roffelmau, du Suchtis. Und so. Nix gegen euch, aber das ist ja so üblich. Ähm, also unsere Gilde war nicht allzu schnell beim Leveln, also, ja. Ich hab circa um... 8 angefangen. Äh, falsch, 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 18 Uhr. Weil ich hatte ja noch Schule davor. Hört euch den Suchtis an, ey. Hey. Schule, dann... Also Schule bis 17 Uhr, dann Spiel gekauft und dann erstmal zwei Tage lang gesuchtet. Das darf man doch, oder? Nein. Es gibt auch noch was andere seit WoW. Echt? Wirklich? Was ist eigentlich dieses WoW? Ich kenne ja, ey. Keine Ahnung. Suchtis. Zocken, zocken, zocken. Fertig. Yay. Okay. Du auch? Wow. Jo. Dann mal... Nein. Doch, lass mal eben den gerommelten Kristall holen. Die gerommelten Kristall holen. Gerommelter Kristall. Der wurde durchgenommen. Hust. Ja. Das war eigentlich auch der erste Gedanke, aber... Ähm... Egal. Kein Kerüter. Hier könnte man noch Routen-Massenpol machen. Ah ne, geht nicht. Nein, geht nicht. Die sind Fernkampf. Fernkampf. Verdammt. Massenpol sehr schwach bin ich. Ratchet, Gadget, Zahn, ewige Warte, etc. ist euch jetzt Neutral-Luke gegenübergestellt. Yay. Cool. Und so. Ja. So. Was ist gegen Gegner oder Oma? Unglaublich hier. Ey, ich hab zwei Gegner besiegt. Der eine ist durch instabiles Gebrechen abgekratzt. Hm. Und jetzt gegen einen Gegner. Brenne! Brenne! Oh. Na. Wie die schreien, ey, wenn die sterben. Richtig außen. Seen das eigentlich die alten Goblin-Modelle? Ne. Schade. Es gibt alte und neue? Wusste ich gar nicht. Jo. Ey man, die Drop-Chance ist ja mal echt geil hier. Was? Ich hab null. Die ist total mies. Ich glaube, ich schreibe mit dem GM. Nochmal. Aber das ist echt awesome. Naja, okay. Ich glaube, du bist gerade gestorben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Nein, egal. Ich bin von der Seite, unglaublich hier. Wow, ich habe einen gerommelten Kristall bekommen. Ja. Jeder Gegner droppt ein. Richtig, lol. Nein. Ja. Und wir haben mittlerweile fast 23 Uhr. Man, man, man. Um halb zwölf sollte ich dann langsam auf sich offline gehen. Glaube ich, hoffe ich. Ich dachte, wofür offline gehen? Was ist offline? Ich kenne offline nicht. Stimmt. Verdammt, du hast recht. Was ist offline? Ich weiß nicht, was du meinst. Und so. Fertig. Ich bin zu schnell. Hör auf, die Gegner so wegzunatzen. Für die gerommelten Kristalle. Oh Gott. Oh Gott. Die Quests. An die werde ich mich noch lange erinnern. Muss mir mal folgen. Du lootest, ich töte. Jetzt hast du großen Spaß. So. Und ein Schreider steht da. Cool. Gerommelter Kristall. Gerommelter Kristall. Und. Wer hätte es sich gedacht? Oh, kein Kommen. Gerommelter Kristall. Okay. Dann müssen wir noch einen killen schnell. Wieso wir? Ich. Ich habe hier doch das Dropglück. Also. Okay. Bäm. Töten. Ich habe einen Kast durchbekommen. Und dann war er tot. Okay. Noch immer keiner. Boah ey. Dein Pech übertrumpft mein Glück ey. Ich weiß nicht. Jupp. Da kommt der her. Der schlagt da. So. Ich habe alle. Endlich. Jetzt noch die jungen Panthers killen. Cocktailiskinghaut einsahnen. Und. Tiger killen. Jo. Also. Nein. Tiger. Äh. Falscher Tiger. Falscher Tiger. Ah yeah. Panther. Panther. Jo. Ich dort. Hier gerade alles zu. Also. Der Hexe ist echt perfekt für solche Massenpulse. Einfach durchlaufen und. Dotten. 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 Oh Alter. Die macht ganz schön. Du stirbst gleich. Nein. In Fight. Einen. Ähm. Zehenstein beschweren. In Fight. Den Zehenstein einsetzen. Wenn es gehen würde. In Fight. Super. Jagd. Zehen Panther. Jo. Ich bin in Fight. Wo bin ich denn da? Was will denn der jetzt? So ein Talheuler. Hm? Ein Affe. Ein Talheuler. Sag ich doch. Ja. Mann Mann. Ah. Schon wieder eine Quest wo was droppen muss. Ich hasse es. Ach komm. Da sind doch nur zwei. Bei mir sind das dann ungerechnet ca. 7. 70 Gegner. Ich mach entscheiden kann sich der Typ. Wow. Wow. Ah. In Fight. Zehenstein einsetzen. Wo bist du? Wo bist du? Nein. 9 HP noch. Und. Was für ein scheiß Frenzy. Mal ganz im Ernst. Ich wollt grad nach. Eine Aufgabe ist getan. Danke. Alter. Leck mich doch am Arsch. 9 HP. Aber ich hab meinen Seelstein auf dich reingesetzt. In Fight. Vielen Dank. Bitte sehr. Immer wieder gerne. Das glaub ich dir nicht. So Tempowertigung erhöhen und BAMS. BAMS. Mein Gott. Unglaublich. So. Ein mächtiger Zauber ist bereits aktiv. Hm 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 hm. Den kann ich looten. Yay. Übrigens du musst umspecken auf Stufe 60 oder so. Auf Arkan. Weil dann kannst du mir einen Buff geben, der meine Kitschadens um 5% erhöht. Super. Das ist voll wichtig. Ich soll ein Gold ausgeben, nur damit ich umskillen kann. Bin ich ein reicher Sack oder? Gib mir ein Gold schon im Voraus. Dann mach ich das. Okay. Warte mal. Ich zahl's in kleinen Raten ab. Okay? Warte mal. Ein Hauptversammeltag oder wie? Joa. Bitte sehr. Super. Und ich hab noch immer erst eins. Ich auch. Okay. Ich schaffe es, Freunde, die Quest zu beenden. Ich weiß es. Glaube ich nicht. Und jetzt Drop Luck. Oh, ich freu mich schon. Zu Raids. Ich bekomm nie ein Item, weil ich voll das miese Drop Luck hab. Obwohl er droppt, stoff. Das heißt, du bekommst auch nie was. Das find ich gut. Aber bis wir erstmal bei den Raids sind. Wer von uns beiden hat mehr Würfel Glück? Gib mir random ein. 3. Super. Ja. Okay. Erste Spiel für mich. Wer hätte das nicht gedacht. Also ich hab mir 3 gewürfelt und er eine 27. Ich bin fertig. Ich kill schon mal die Tiger hier. Okay. Zack. Und zack. Nochmal. Okay. Wir würfeln um ein Gold. Nein, Mann. Okay. Würfel du und ich entscheide dann. Ja, super. Jetzt würfel ich eine 100. Wow. Okay, nein. Ich würfel dich um ein Gold. Super. Unglaublich. Das Beste in so einem Random Raid haben zwei Leute um Gold gewürfelt. Und zwar um die Differenz der zwei gewürfelten Zahlen mal 100. Und dann musste der eine dem anderen 7300 Gold geben. Hat der eine 71 gewürfelt? Ja, er hat eine 370. Also, nein, warte. Er hat, keine Ahnung. Er hat irgendwie so eine 94 gewürfelt und der andere eine 11, 21 oder so. Lol. Kommt, wir machen das umgerechnet in Silber, aber original. Differenz mal 100 in Silber. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Wie dann? Ja, ich würde... Die höhere Zahl bekommt der eine da, oder? Also, der... Nein, 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 so wie gerade, nur ohne diese Differenz mal 100. Okay, und um wie viel ist es lieber? Ähm, ganz einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel eine 10 würfelst und ich eine 11, dann musst du mir ein Silber geben. 10, 11. Ja, gleich wie das mit der Differenz in etwa. Ja. Nur halt ohne mal 100. Okay. Ich verstehe. Gut. Los geht's. Komm schon, komm schon. Yes! Scheiße. Gut. Also, ich habe eine 51 gewürfelt und eine 39, falls man das nicht sieht, theoretisch, wegen Qualität und so. 12 werden das dann, oder? Hm? 12 werden das dann. Moment, du musst mir eine Revanche geben. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon, komm schon, ich brauche noch mal ein hoher Würfel. Ja! Nein! Ah, verdammt. Also, Daniel. Okay. Er hat eine 66 gewürfelt, ich eine 27. Warte, das sind, ähm, warte, warte. Das sind 27, wenn ich mich nicht täusche. Warte mal, äh, 7. Let's go, das macht mir irgendwie Spaß. Komm, wer als erstes einen Gold ausgeben muss. Okay. Du bist bei 27 selber. Also, warte mal, nee, warte, warte. Okay. Also, ich muss dir jetzt 27 geben. Ja. Go, nächste Würfel. 47! Eieieiei. Nein, warte, warte, warte. Minus 13, das heißt, du musst mir nur noch 14 geben. Nur noch 14 selber. Okay. Random. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nein! Er hat eine 71 gewürfelt, jetzt heißt es hohe Würfelzahlen. Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ich hab eine 34 gewürfelt. Warte, das macht 7, 47 plus 17, 64, oder? Jo. Okay, 64 selber. Sagen wir einfach mal, äh, wie viel? 64 selber. Okay, nochmal. Gibst du auf oder willst du nochmal ein? Ich will weiter, bis wir bei einem Gold sind. Also, ich hab eine 84 gewürfelt. Warte, 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 warte. Ähm. 52, das heißt, du müssen mir doch 12. 12. Äh, 12. 12 schuldigst du mir. Okay. Die letzte Runde, okay? Okay, 12 selber, ne? Okay. Jo, ich muss dir jetzt 12 selber geben. Jetzt machen wir den Differenz von 12. Ich würfel dann Niedrigere und du das Hörere und dann 12. Dann müssen wir beide 0 geben. Nein. Komm, komm, komm. Nein. Okay. Okay, er hat eine 96 gewürfelt. Jetzt kommt's. Bitte Gott. Jetzt würfel ich fix eine 1. Ich weiß es. Nein. Eine 22. 24. Oh Gott. Geil. Das heißt, den Minus... 86. Den Minus 86, genau. Oh Gott. Nochmal, oder? Nicht. Ne, ne. Du gibst auf. Yay. Ey, das sind doch mal schöne Spielchen, ey. Geil. Und jetzt in, ähm... Sobald wir 50 sind, machen wir das mit Gold. Ja, genau. Oh Gott. Sobald wir das wirklich Mount haben. Ja, genau. Gut, dass das hier mein Main-Server ist. Ich kann mir so... Nein. Und ich bin arm. Ich bin verdammt arm. Wollen wir nicht eben zurückgehen und die Quests oben abgeben? Achso, ja. Oh, da haben wir ja vier Quests abgeben. Okay. Ja, eben. Deshalb ja. Mhm. Aber geil, solche Spielchen sind doch schön. Jupp. Aber es hat mich eiskalt 86 Silber gekostet. Sowas schmelzt natürlich. Aber egal. Lustig war's. Ja. Wie viel habe ich jetzt noch? 11 Gold. Nicht schlecht. Da kann auch keiner schummeln. Unheckbar hier. Außer man macht, ähm, warte. Außer man macht so. Ja. Aber das fällt dann hier und wieder mit Sicherheit auf. Ja. Slash random. Bam! Hm. Okay. Oder warte. Mal sehen, wie hoch das überhaupt geht. Äh, bis, ich glaub, sechs Zahlen. Also sechs, stellig. Echt? Brauch ich. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, sieben. Okay, vielleicht auch neun. 778.401. Das geht für keine Jungs. Boah, und das jetzt in Kupfer. Ja. Also her damit. Natürlich. Wie viel müsste ich dir dann geben? Rechnen wir einfach geteilt durch 100, und dann nochmal geteilt durch 100, dann musst du mir 7 Gold, 78 Silber und... Ne, ich muss dir dann 0,7 Gold geben, oder? Ah, falsch, 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 falsch. Du musst geteilt durch 100, und dann noch... Blablabla, 77 Gold muss ich dir geben. Nein. Du musst geteilt durch 100, dann kommt auf Silber. Äh, ich kann nicht mehr rechnen, um die Uhrzeit. Ja, stimmt. 0,7 Gold werden das dann. Verdammt, ich höre den Taschenrechner. Ja. Ich komme damit nicht zurecht, okay. Egal.